ARD Text im Auftrag von Funk Was geht, Cousin? Was geht, Digga? Du siehst morgen auf jeden Fall niemanden auf deinem. Hey, Jan hat sich übrigens Staub gekauft, Leute. Pappen und Keter, hey, yo. Viel Spaß beim Proben, Jungs. Bleibt alle gesund und trappaschiebt. Ich treffe auf die Bärs. Wie, wie, geil? Jo. Mit Kim und Duk. Das ist Kim. Das ist Duk. Ja, was Süßes oder was Salziges? Boah, ich weiß auch nicht, Digga. Was schnell runter geht. Ein Sperrer? Ne, genau das. Für mich ist da kein Unterschied, ob ich jetzt diese Tasche habe oder diese Tasche. Ja, ist es ja. Ich würde mir auch keine Schuhe für Taoyuin oder irgendwas, weißt du? Ich auch nicht. Ja, halt das Motto. Schuss bis 18. Was hast du jetzt geholt? Ich habe mir eine Cap geholt. Cousin. Zeig mal. Cousin, I want Cousin, Cousin. Sieht ganz schön fresh aus. Wie viel ist dein Outfit so wert? Fangen wir mal mit den Schuhen an. Michael Jackson hat dich getragen. Jetzt komme ich, Mann. Cap von Netto. 2,17 Euro. Türkei von Ismael Embo. Bapour. 12 Lira. Die Schuhe habe ich gekauft von Rico. Abgekauft in Ruizel. Und Socken habe ich keine. Die Tasche ist aus Frankreich. Stéfeu à la piede. Ich habe ihm zweimal Frühstück gemacht und Kaffee dazu. Dann hat er gesagt, komm nimm sie mit. Das ist ein Bottle-Flip. Wie rauchst du immer denn in der 11 Bar? So. Zeig mal. Versteckt. Jetzt ist Bruder wieder da. Und rate mal. Hat es auch noch nicht gehabt. Richtig. Hättest du nicht so lange gemacht? Wir haben noch ein bisschen Comedy gemacht. Stolz in Thailand. Alles gleich. Wir machen aus dem Stiefchen, Digga. Krass. Krass, wahr? Der längste Löffel Deutschlands. Das ist meine Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Turmstraße. Kimseite Luft. Gab ich McDonalds? McDonalds. McDonalds. Was machen wir jetzt? Alles gut? Hi. Na? Alles gut? Alles gut? Ja, bei euch? Hi. Ja, alles gut? Meine Kinder haben hier eine Höhle gebaut. Das ist meine ganz persönliche Mokka-Latte-Kreation. Im Handel helft ich. Also viel Spaß damit. Und lasst es uns schmicken. Cool. Geil. Aber das sieht krass aus. Wie lecker aus. Wie Eiskaffee, oder? Kannst du mal eine nehmen? Ja. Stimme auf. Kannst du auch noch mal gucken? Einfach raus, oder? Hey. Was geht ab? Ich bin jetzt bei dem Block, oder was? Ja, ja. Stark, Alter. Krass. Ja, wir sind heute bei Hermann Show. Zum Auftritt. Ich bin hier mit der Clique. Wie man sieht. Stefan braucht einen Joint. Was? Hey, heute wird's trinken, ne? Ja. Taktik habe ich auch noch nie gesehen. Stark. Und das T-Shirt. Kenn nur die Absen. Nee. Dann kann man direkt gebrochen. Gibt's hier Klima? Javi? Ja. Wird 8 mit 8 grad. Let's go! Eis! Ey, Janik, Mann! Die Polizei hat dein Gesicht für den Juden. Insallah. Schau meinen Bauch an. Maschallah. 21. Wie oft Allah. Das ist zu. Das ist ein Musik. Ja. Hast du dein Foto? Mein was? Mein Hufu? Dein Foto. Hast du mein Foto? Nein. Hab ich nicht. Aber er trifft gerade auf. Wie soll ich mein Foto holen? Lass dich auf mich ein. Und ich schau dich zu sein. Und ich schau dich zu sein. Und ich schau mit dir mein Baby. Uh, uh. Warte, warte. Oh, day. Oh, night. Du willst mit mir drauf sein, ey. Oh, night. Gib mir vor, night. Oh, night. Das ist so ein Fuckboy. Mit diesem Auto vor allem. Oh, cool. Stefan's Fuckboy. Nee, nee, alter. Du kannst legend nicht dazu haben mit diesem Auto. Und diese, boah. Du musst nicht mal so Designer sein. Du kannst auch Anzug sein. Schlicht. So diese schwarze Schuhe. Ja. Das ist ja auf jeden Fall kein. Der ältere Fuckboy. Boah. Nein, nein. Das ist einfach nicht. Chips. 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 Das ist so. Chips. Das ist so geschäftig. Ochuck. Zuit Parfum. Die Och gangsta. Die Och fucking Gangsta. Die Och fucking gangsta. Der Och funk war cool, ey. Die, sieh striking قول aus. Wo? Die, sieh totes Kapaus. Danke. bt dich gefreut? Ja, Mann. Ich mach lieber ein bisschen hier. Das ist alles einfach. Wie wir es auf Klose haben, ist alles geklaut, Digga. Das ist alles einfach. Wenn ihr etwa... Was magst du zum Taste? Not that great. That's not great. Ah, nochmal einen Kräftigenzug nehmen. Weil es umsonst. Ich rufe jetzt bei McDonalds an und ich frage, ob man bei denen drin essen kann. Es geht nicht ran. Really? Warum gehen die nicht ran, Digga? Hey, auf einmal steht der McDonalds. Was ist denn eingeschwächern? Oh mein Gott, direkt mein Gott ist eingeschwächern. Warum gehen die nicht ran, das ist ein blammer. Weil ich weiß, dass ich's kann. Und will ich nicht mit dir reden. Bei mir sagen, dass mein Fond keinem Folge mehr gefällt. Besser merkt ihr meinen Namen. Tausend Tage und meine Jungs An sich aus. Ist mir heute zu viel, bin ich morgen hier weg? Ich bin ein Younger mit Cash und deine Bitch gibt ihn ein Eck. Ich hab den Teufel probiert, doch er hat nicht geschmeckt. Zwei, drei Kapseln hin der weg, doch ich werfe sie weg. Is mir heute zu viel, bin ich morgen hier weg? Ich bin ein Young in Myckel, so deine Bitschke Finale Ich hab den Toy-Fan-Fan-Fan Ich bin ein Young in Myckel Kim ist Cutter Bin ich morgen hier weg Ich bin ein Young in Myckel Und deine Bitschke Finale Ich hab den Teufel probiert Doch er hat nicht geschmeckt Zwei, drei Kapseln in der Bank Doch ich werfe sie weg Der Mond scheint ein Der Rumor ist da Kram, Kram, Kram Kram, Kram, Kram Ich bin ein Bitschke Ich bin ein Bitschke Ich hab den Kram Ich hab den Kram Lass uns einットelt Das ist ein Fassier, ey! Cut out my neck leg, but you get the dead york!